Mein Schlaf, mein Meister Shololololol! Mein Schlaf, mein Meister Sholololololololol! Ich habe jetzt hier meinen ehemaligen Chefdrainern Grundstück un hier den Poolpartner den frischgebacken Abfahrtsweltmeister bei den Herren Patrick Künnel und Poolpartner von Chile Genau, wir haben noch zusammen trainiert, letztes Jahr in Chile und erzählen wir kurz, wie hast du es heute erlebt? Leider, ich bin Jahrgang 84, sie ist Jahrgang 84, aber sie hat schon aufgehört und ich habe jetzt angefangen. Irgendetwas stimmt noch nicht. Tom natürlich heute, sensationelles Ergebnis, alle vier Läufer am Start unter den Top 11. Zwei Medaillen, Gold und Bronze, Hammer, oder? Ja, Hammer. Und der Tom war extra noch beim Friseur. Da wird man wieder zeigen, manche Sachen ändern sich nie. Also letztes Jahr haben wir noch zusammen Gold in Sochi gefeiert, heute feiern wir Goldmedaille bei den Herren in der Abfahrt. Geben Patrick Küngl, der zweite Schweizer Medaillen, die wir noch heute haben. Beat Volz, dritter Platz, Bronze Medaille. Beat, zeig sie doch mal her, die Medaille. Beat Volz, dritter Platz, dritter Platz, dritter Platz, dritt Also eine Weltmeister nach dem anderen trifft man hier, super schön Weltmeister Hannes Reichel. Geil oder? Voll geil. Und du warst der Welt. Ja, ja. Also unvergleichbar. Ein schönes Gefühl, das sollten wir wiederholen, aber ich weiß nicht, ob das bei mir nachher ausgeht. Naja, so alt bist du noch nicht. Ich bin der örteste Weltmeister. Anscheinend war es die Journalistin gesagt. Na, auf jeden Fall super Leistung gestern und du bist jetzt Heimbau wahrscheinlich? Morgen fliege ich. Dann sehen wir uns in Saalbach wieder. Wenn du dort bist, bist du dort. Ich auch.